In diesem Videoclip zeigen wir Ihnen, wie Sie die Ebenen einer importierten PDF-Datei verwalten können. Nachdem Sie ein PDF importiert und zerlegt haben, ermöglicht Ihnen Archicad, diese Zeichnungsinhalte anhand der PDF-Ebene anzuzeigen oder auszublenden. Lassen Sie uns dazu ein Beispiel ansehen. Platzieren Sie mit dem Zeichnungswerkzeug die PDF-Datei eines Baudetails, das Sie vom Statiker bekommen haben. Wählen Sie die platzierte Zeichnung aus, rechtsklicken Sie darauf und aktivieren Sie im Kontextmenü den Befehl In 2D-Elemente zerlegen. Im Pop-up Ebenen im Bereich Optionen für die Attribute Umwandlung können Sie aus zwei Optionen wählen. Wenn Sie die Option Ebene der Zeichnung benutzen auswählen, werden alle resultierenden Zeichnungselemente auf derselben Ebene platziert, auf der sich die Zeichnung befindet. Die zweite Option ist eingebettete Ebenen importieren. Dies bedeutet, dass die Zeichnungselemente auf Ebenen platziert werden, die ihren Ebenen-Zuweisungen in der PDF-Datei entsprechen. Jene eingebetteten Ebenen werden in Ihr Archicad-Projekt importiert. Wir wollen jetzt die zweite Option wählen und klicken dazu auf OK. Ziehen Sie die Originalzeichnung von der zerlegten weg. Sie können sehen, dass, wenn Sie die zerlegten Zeichnungselemente auswählen, diese sich auf ihren ursprünglichen Ebenen befinden. Betrachten Sie diese Elemente im Dialog der Ebeneneinstellungen. Wie Sie sehen, wurden drei Strukturschichten unserer Ebenen mit der PDF-Erweiterung hinzugefügt. Das hilft Ihnen, den zerlegten PDF-Inhalt zu verwalten. Sie können diese Ebenen leicht finden, sortieren, auswählen oder ausblenden. Das ist ein Schiffen. Und das ist ein Schiffen. Este ist ein Schiffen. Du kannst die Ebenen finden, den zerlegten治fügt.